so sehr verehrten damen und herren youtube channel kanal mittels jungs also mir macht Gitarre spielen immer spaß wieder mal und fällt immer wieder neue lieder ein und wenn einer sagt was mache ich da eigentlich ja und ja wieso soll ich nicht Gitarre spielen hat man doch immer gesagt ich soll es also bitteschön ne spaß beiseite der Glick ist falsch das Lied Teil 2 hört es euch an einfach so ja da ist eine dumme Geschichte gewesen bei meinem ersten Teil wo ich will ich nicht tiefer eingehen sondern das hat eine Frau gesagt im Fernsehen sie hat mein Lied vom ersten Teil anscheinend gesehen und hat da sich widersprochen liebe Frau ich hoffe du schaust zu weil jetzt kommt's und jetzt passt gut auf ein Mensch sagte mal es ist nur ja ein Krieg überall gibt's Aufstände und Kriege ist es dieser Mensch egal egal ist es dieser Mensch egal so sing so singe ich nochmal das Lied jeder Krieg ist falsch und kein einziger richtig ich singe es sehr diskret ich singe es sehr diskret ein Mensch ein Mensch sagte mal es ist nur ja ein Krieg überall gibt's Aufstände und Kriege ist es dieser Mensch egal egal ist es dieser Mensch egal dann frag ich mich nach dem zweiten Weltkrieg hatte man das der ganzen Welt prophezeit der Krieg der Krieg ist falsch auf einen auf einen dritten Weltkrieg hat man keinen keinen Bock keinen Bock ein Mensch sagte mal es ist nur ja ein Krieg überall gibt's Aufstände und Kriege ist es dieser Mensch egal 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 ich schließe mich den Sätzen an wo man es damals in die Welt gesetzt hat wurde der Krieg ist falsch okay ein Mensch sagte mal es ist nur ja ein Krieg überall gibt's Aufstände und Kriege ist es dieser Mensch doch scheißegal egal Unter einander herrscht schon Krieg Demos Aufstand Bürgerkriege in andere Länder bis zur Streitsüchtigkeit und Pauligkeit soll das richtig sein für mich nicht nachvollziehbar wenn jemand anders denkt sowas ist nicht diskret ein Mensch sagte mal es ist nur ja ein Krieg überall gibt's Aufstände und Kriege ist es dieser Mensch einfach egal ist es dieser Mensch einfach nur egal Ich habe dieses Lied bewusst gemacht weil jetzt komme ich wieder auf das weil wenn jemand im Fernsehen sagt es ist ja nur ein Krieg wir bekämpfen ja nicht alle nein der Krieg ist falsch egal ob es nur ein Krieg ist ich glaube ich bin im Film wann kapiert man das endlich einmal Leute wenn ich Teil 3 oder 4 oder 5 Teile mache vielleicht begreifen sie es dann dass der Krieg falsch ist ja leck mich fett ne aber ehrlich ne aber ehrlich